Hallo Leute, weiter geht's bei The Last Guardian. Ich hange hier immer noch fest und ich drücke einfach mal alle Tassen, die ich habe. Habe ich zwar schon mal gemacht, aber... Ja. Beim letzten Mal hat er ja mal nach uns gegriffen irgendwie. Aber... Das bringt alles irgendwie nix. Was, 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 was willst du von mir spielen? Ja, er hat uns scheinbar entdeckt, aber... Hilf mir! Ja, Junge, du bist ein Vollidiot, dass du dich nicht alleine befreien kannst. Ich weiß nicht, ob er verstanden hat, was er tun soll, aber... Komm! Oh, oh, oh! Ja, was, was, was ist jetzt? Ähm... Ähm... Was jetzt? Was? Da ist ein Schwanz. Komm schon, greif zu! Komm schon! Oh! Wow, 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 wow. Okay, 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 okay. War jetzt irgendwie nicht ganz ersichtlich, was ich machen muss, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Okay, mein armer, armer Freund. Mein armer, armer Freund. Kletter jetzt da hoch, du dämlicher kleiner Junge. Mal streicheln hier. Ich kann wieder irgendwie nicht richtig herumklettern. Und ich seh nix. Ey, diese Kameraführung, ja. Hallo, ich. Kamera. Okay, Trico. Können wir jetzt von hier verschwinden? Bist du in der Lage? Hallo, warum klettert der Vollidiot nicht richtig? Ja, Kamera, komm. Wow, 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 wow. Vorsichtig. Und jetzt? Trico. Weiter nach unten, oder wie? Ja, weiter nach unten. Das sind jede Menge blauer Schmetterlinge. Heißt das, hier sind Fässer für unseren Trico? Ich denke, ich steige mal kurz ab. Ja. Ja. So räumen sie für mich ehrlich gleich aus. Ah, doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Ich erinnere mich. Hm. Okay, hab verstanden. Jetzt weiß ich immerhin, was es zu tun gilt. Hier sieht's so richtig aus. Irgendwie. Tatsache, das ist ein Fass. Jetzt, komm da runter. Das Problem ist jetzt natürlich nur. Ähm. Wie komm ich jetzt zu Trico? Das hat sich auf jeden Fall sein Essen verdient. Da möchte ich jetzt überhaupt nichts dagegen sagen. Aber dieser andere verkackte Trico. Dieses verdammte Mistvieh. Alt, nimm es. Danke. Ja, und jetzt? Kacke. Kacke, 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 kacke. Werf's da rüber. Dann. Hier rüber? Klappt das? Das klappt. Und das Fass aufhalten. Das Fass. Danke. Dann da rüber werfen. Nein, nein. Du dämliche Idiot. Du sollst es rüberwerfen. Ja, wisst ihr noch, wo wir sind? Wisst ihr es noch? Hier oben habe ich ja diese zwei Türen entriegelt, könnte man sagen. Und auf diesem Weg kommen wir jetzt wieder zu Trico. Müsste so sein, oder? Ja, ich denke schon. Okay. 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 Ich hoffe, ein Fass reicht uns einen guten Trico. Obwohl ich es mir nicht so richtig vorstellen kann. Auf! Auf! Danke. Trico, hier kommt's. Guten Appetit. Oh Gott, wie verletzt das einfach nur aussieht. Nimm es. Trico. Nimm es ruhig. Trico? Trico? Das magst du doch. Nicht? Es tut dir nix, Trico. Muss ich es ihm wieder... ...geben quasi? Versuch jetzt mal... Sehr gut. Sehr gut. Moment Trico, ich werde es dir geben. Keine Sorge. Ich werde es dir hinstellen. Ist kein Problem. Ja, 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 ich seh's ja. Du kommst nicht ran. Kein Problem. So. Hier. Guten Appetit, Trico. War das gut? War das gut? Darf ich dich noch loben? Ja, immer loben. Das ist wichtig. Wow. Wow, 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 wow. Trico, 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 Trico. Wo jetzt lang? Wirst du wirklich da raus, wo wir reingekommen sind, sozusagen? Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt die dümmste Idee, aber... Ne? Wow. Oh, 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 oh. Oh, Vorsicht. Bist du mir da drüben rein? Oder kannst du noch weiter hochgehen? Natürlich können wir noch weiter hochgehen, ich meine. Komm. Jawohl. So, hier sind wir durchgeknallt. Okay, Trico. Was? Ah, okay, 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 okay. Du scheinst wirklich wieder bei Kräften zu sein. Isai, Isai, Isai. Brava, Trico. Okay, was nun? Jetzt geht's irgendwo weiter. Steh ein Tier rauf, oder? Trico? Was siehst du? Ja, Augen immer Richtung Ziel, genau. Moment, ich versuch mal, ihm den Befehl zu geben, dass er quasi da hoch springt. Ähm, wo gehst du hin? Oder bist du direkt da hoch? Was machst du? Ähm, ja. Du wirst schon wissen, wohin es geht, Trico. Das ist schon gut. Nicht wieder da runter. Nicht wieder da. Trico. Trico, was willst du hier? Nein, ich dachte... Da, die Statue, habt ihr gesehen? Die war von diesem anderen Trico. Ähm. Warum du jetzt hier wieder runter gehst, ist mir ein Rätsel. Das ist mir jetzt echt ein... Hallo? Nicht runter, hoch! Ähm, ja. Das ist mir jetzt nicht ganz klar, Trico, was das soll. Gehen wir nochmal hoch, okay? Was war das jetzt? Ich meine, warum ist das einprogrammiert, dass er hier runterspringen kann überhaupt? Außer hier unten gibt es noch irgendwas zu erledigen, aber ich denke ja nicht. Naja. Komm. Eps. Es sah doch wirklich so aus, als dass man da weiterkommt. Als wir bereits oben waren. Ihr habt es doch auch gesehen. Jetzt halt dich mal irgendwo vernünftig fest, Junge. Diese scheiß Statue. Und diesem gemeinen anderen Trico. So. Und jetzt. Hoch, nicht runter, okay? Hoch. Ja. Ja. Sackgasse. Na gut, das ist toll, dass du mir das sagst. Spiel. Äh, ja. Geh da. Geh jetzt da runter. Okay, 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 okay. Irgendwie runter. Ähm. Lass dieses verdammte E-Foy-Zeugs los. Okay, hier ist scheinbar nix. Komm ich halt wieder hoch. Jetzt will er sich nicht mehr an diesem E-Foy-Zeugs. Ey, verarsch mich nicht. Er hält sich nicht mehr an diesem E-Foy-Zeugs fest. Ich, ich dreh gleich durch. Ich dreh echt gleich durch. Das ist doch dazu da, damit du hochklettern kannst. Warum bist du so scheiße, Junge? Ja, da hält er sich fest. Auf dieser Seite, ja. Auf der anderen Seite in Höhe. Wie gesagt, Trico, da hoch. Das würde doch irgendwie funktionieren, oder nicht? Ich seh so gut wie nix. Und ich werd bestimmt gleich in den Tod stürzen. Was hast du denn jetzt wieder? Ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. Vielleicht bringt es ja was. Oder doch da bei diesem, ähm, Durchgang, der so hell erleuchtet war. Und da ist, seht euch die Tür an. Das Laub oder die Blätter kommen durch die Tür durch. Das ist nicht schön. Ne, das ist nicht schön. Warum kommt er jetzt nicht hier rein? Ey, also, beinahe wäre er wieder runtergefallen. Ernsthaft. Warum will er, ja, jetzt. Kann ich auch auf diese Blätter da springen? Wow! Hallo! Vorsichtig sein, bitte, ja? Ja, werf mich doch runter. Okay, ich, ich, ich bin da. Trico? Was machst du jetzt? Wo bin ich eigentlich? Nein, jetzt springt er wieder hoch. Ey, ich, Spiel. Du fängst wieder an, scheiße zu werden, ja? Okay. Ja, da hoch. Das sag ich doch schon von Anfang an. Jetzt hab ich ihm den Befehl gegeben, um da hoch zu gehen. Aber, irgendwie will er doch nicht. Er fixiert es zwar, aber er... Ne, er geht zurück. Hä, was macht er? Hoch! Ja, das wollte ich ja schon von Anfang an tun, eigentlich. Aber... Ja. Ja, geh weiter. Ich hab Angst, etwas zu drücken. Nicht, dass er dann wieder umdreht. So. Befehl gegeben und nun hoffen, dass er das Richtige macht. Trico? Irgendwie scheint er gar nichts zu machen. Aber hier abspringen wir auch irgendwie ein bisschen, ne? Ein bisschen Kacke. Komm schon, den Sprung schaffst du. Der ist wie für dich gemacht. Trico? Oder soll ich jetzt hier abspringen? Versuch's! Ja. Ja, super. Ne? Ne? Es gibt keine andere Möglichkeit, also muss es die sein, aber nö, klappt natürlich nicht. Ja, solche Dinge sind ziemlich, ziemlich nervig. Oh! Okay, wo willst du jetzt hin? Ich kann wieder nicht hochklettern, weil ich nichts sehen kann. Hoch! Ey, dieser Junge, ja. Okay, okay, okay. Wo bin ich jetzt? Ey! Wo ist er? Wo ist er? Wie ist er? Ganz egal. Da, durch. Ja. Nicht mehr runter, da hoch. Ja. Wir versuchen's nochmal. Da hoch. Ja? Ist doch nicht so schwer jetzt. Ich weiß, du bist verletzt und so weiter. Nein! Da, durch. Da, ja. Da. Bitte, mach das, was ich dir sage. Bitte, ja. Ich sag's sogar, bitte. Komm. Ja. Hä? Und dann gerne noch eines weiter. Oder nicht? Ja, jetzt macht er es auf Anlieb. Versteht ihr das teilweise sooo... kompliziert? Was heißt kompliziert? Nicht logisch. Holy shit, das sind zwei Augen. Scheiße. Die Dinger bewegen sich. Jetzt haben die ein Problem. Shit. Shit, shit, shit. Kletter jetzt runter. Ey, dieser Idiot. Ja, die Steuerung. Es ist echt zum Kotzen. Kann ich es nur immer wieder sagen. Je nachdem, wie die Kamera gedreht ist, macht er was anderes. Es ist phänomenal. So, jetzt hier runter. Kletter jetzt da runter, okay. Das ganze Blut. So, jetzt drehen. Nein, drehen. Nein, drehen. So, genau. Und abspringen. Danke, mein Gott. So, was? Oh, nein. Ganz viel Sprünge. Ohne Anlauf. Und ich kann nicht ziehen. Das macht immer Spaß. Ja, ich muss diese Augen zerstören. Ansonsten getraut sich Trico wieder nicht weiter. Hm. Ich habe mehr Angst vor dem zweiten Trico als vor diesen Augen. Wenn ich ehrlich sein soll. Hm. Was sagt die Zeit eigentlich? Ja, Part wäre zu Ende. Heh. Aber viel erreicht haben wir nicht. Bisher. Kann man aber nichts machen. Ist der Weg richtig, den ich gehe? Oder muss ich da unten entlang? Trico ganz ruhig, ja. Ich tue alles, was in meiner Macht steht. Ich meine, ich bin nur ein Kind. Das ist nicht viel, was in meiner Macht steht, aber... Na, du Dämliches. Mein Gott, was bist du für ein Scheißkind. Ganz im Ernst. Hoch da. Ja, Trico sitzt immer noch da und hat Angst vor diesen Augen. Warum hat der letzte Sprung jetzt wieder nicht funktioniert? Das ist doch Absicht. Das ist doch Absicht, dass dieser Sprung irgendwie beim ersten Mal nicht funktioniert. Das sah für mich genauso aus. Weil hier muss bestimmt der Winkel perfekt stimmen. Ja, und dann könnte es sogar klappen. Gut. Und jetzt. Aha. Noch weiter hoch. Und springen. Danke. Ich habe irgendwie Angst, dass ich gleich dem zweiten Trico in die Arme laufe. Weil, was will ich gegen den unternehmen? Außer... Ja. Angst haben vielleicht? Spielt es eine Rolle, wo ich hier in diesen Raum reingehe? Warum nehme ich jetzt den hintersten Eingang? Das war vielleicht nicht so klug. Er scheint aufs... Oh, nein! Seht ihr ihn? Fuck. Na, da ist gleich noch einer. Shit. Anstürmen. Was? Mit R? Ja, das weiß ich. Nein. 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 Ich sehe nichts. Ich sehe doch... Lass mich jetzt in Ruhe. Was schießen die da ständig? Oh Gott. Ah, die hier anstürmen. Bam. Bam. Nein. Meine Güte. Was soll ich jetzt gegen die machen? Ernsthaft. Was soll ich gegen die machen? Hör auf, mir solche Scheiße ins Gesicht zu ballern. Oh, das hat jetzt wunderbar Funken. Wow. Nicht, dass ich jetzt runterfalle. Das war es ja jetzt... Ja. Kamera. Das ist extrem geil, was du da machst. Ernsthaft. Das macht extrem Spaß. Ich sehe nicht mal, wenn ich frei bin. Mein Gott, ist das toll. Ich müsste den jetzt nochmal treffen. Aber wie? Oh, Trico. Klasse, du hast deine Angst überwunden. Oh, göttlich. Lass ihn in Ruhe, du Typ. Lass ihn in Ruhe, du Typ. Okay? Nein. Verdammt. Trico, tu was. Genau so. Genau so. What the fuck? Trico, beruhig dich mal, okay? Nein, nein, nein. Beruhig dich nicht. Hau weg, den Typ. Ist er weg? Ich glaube, das waren alle. Holy shit. Trico. Hast du deine Angst überwunden? Ja, ja, ich streichle dich. Warte, 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 warte. Hier am Kopf. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Trico. Nochmal streicheln. Was? Isai, Isai. Ja. Trico hat... Hallo, lass jetzt los. Trico hat tatsächlich seine Angst überwunden. Das halte ich von euch. So. Habt ihr nun davon. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war es erstmal für heute mit The Last Guardian. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss. Trico. Okay, er freut sich.